Nicht viel zu hören. GRI 3,6 Kilowatt. Sehr, sehr leise, sehr leicht und auch noch ein wirklich schönes Stück. GRI 3,6 Kilowatt Anlage. Extrem leicht geworden mit weit unter 40 Kilogramm. Optisch inzwischen ein echter Hingucker geworden. Und bei wirklich sehr moderater Lautstärke. Die Klimaanlage arbeitet jetzt auf absolut Volldampf. Und ich denke mal, sie ist unterhalb des Fahrzeugs schon nicht mehr zu hören. Ich gehe mal runter. Wirklich leise. So auch im Innenraum hier mit einer durchaus sehr akzeptablen Geräuschkulisse. Hier mal bei ganz besonders engen Verhältnissen mussten wir hier etwas ausklinken, um die Klimaanlage an den vorhandenen Möbelbau anzupassen. Damit sie wirklich noch in den Innenraum passt. Denn es war draußen etwas knapp mit der anderen Luke. Mit integrierter LED-Beleuchtung. Auch mit der Bedienung nochmal hier über ein Touchfeld. Darüber kann die ganze Anlage hier nochmal bedient werden. Es ist wirklich ein Schmuckstück. Das muss man sagen. Das extrem flache Bedienteil. Oder sagen wir Ausströmungsteil. Erlaubt sogar die Montage bei vielen Fahrzeugen, ohne dass an den Türen etwas geändert werden muss. Also tatsächlich ist diese Klimaanlage für uns ein absolutes Sahnestück. Sehr leise, sehr leistungsstark. Und man kann sie wirklich empfehlen. Das ist ein Schmuckstück.